In vierter Folge der aktuellen Staffel von «Let's Dance» fiel Zuschauer zurück das berühmte «Girls vs. Boys» spezialt. Dies bedeutet, dass das Tanzband zusätzlich zu den einzelnen tänzenden Paaren ein zweites Mal geschwungen wird, in dem Special treten Frauen gegen die Männer an. Der aktuelle Stand der vergangenen Spielzeiten ist 5 Siege für die Männer, 2 für die Frauen. Während in den letzten Saisons alles reibungslos verläuft, bricht die Jury um Mozi Mabuse, Corche González und Joachim Lambi diesmal einen Streit aus dem Zaun besonders schattig seit. Während Lambi für die Männer ist, ist Mozi stark dagegen. Ich teilnehme mich nicht, stellt sie klar, sie dürften einzeln bewertet werden.